Koalition berät über Folgen der Corona-Pandemie. Im Kanzleramt treffen sich dazu heute die Spitzen von Union und SPD. Im Mittelpunkt des Treffens mit Kanzlerin Merkel stehen die Forderungen nach einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Zudem soll es um Steuerhilfen für die Gastronomie gehen. Diskussion über längere Lohnausfallzahlungen für Eltern. Familienministerin Giffey sagte im ARD extra, Wer seine Kinder wegen geschlossener Kitas zu Hause betreue und deswegen nicht arbeite, brauche auch künftig eine Perspektive. Die aktuellen Hilfen laufen Mitte Mai aus. Wann Kitas wieder öffnen können, ist unklar. Streit über Corona-Prämie für Altenpfleger. Mehrere Krankenkassen lehnen eine Finanzierung der geplanten Sonderzahlung aus Versicherungsbeiträgen offenbar ab. Wie die FAZ berichtet, fordert der Chef des AOK-Bundesverbandes Litsch stattdessen, einen Zuschuss aus Steuermitteln. Wegen der aktuellen Zusatzbelastung sollen Pflegebeschäftigte eine Prämie von 1.500 Euro erhalten. US-Senat bringt neues Corona-Hilfspaket auf den Weg. Wie der republikanische Mehrheitsführer McConnell mitteilte, stehen 480 Milliarden US-Dollar bereit, unter anderem für kleine und mittlere Unternehmen, sowie das Gesundheitswesen. Nun muss das Repräsentantenhaus die Hilfen noch verabschieden. Es ist das 4. US-Rettungspaket in der Corona-Krise. Warnung vor Hungersnöten durch Corona-Pandemie. Der Direktor des UN-Welternährungsprogramms Beasley sagte, die Folgen der Pandemie würden Menschen in Krisenregionen wie im Jemen besonders hart treffen. Es würden zusätzliche Hilfsmittel in Millionenhöhe benötigt. Ansonsten könne sich die Zahl unterernährter Menschen weltweit verdoppeln. Das Wetter heute bis zu 14 Stunden Sonne bei oft wolkenlosem Himmel. Nur nordöstlich der Elbe und über den Alpen ein paar Wolken. Höchstwerte 11 bis 26 Grad. Wir erleben heute Bescherchen hinten überswortenலt. Wir sieht die established prec indications ausführlicher Ver larva gott. Vielen Dank.